Jetzt verstehe ich, warum ihr der Hedward-Wallers-Tor genannt werdet. Seid gesegnet, Brenno, ja, seid gesegnet. Es gibt viele hier, die das nicht so schnell vergessen werden. Hier, nehmt diesen Edelstein, ich habe ihn versteckt, damit Garachen ihn nicht in seine fettigen Finger bekommt. Er fragt nicht wo. Der ist jetzt hoffentlich nicht schwarz, äh, weil... ja. Ich habe Garachen Vorräte gebracht und er wird sie verwenden, um den Flüchtlingen zu helfen. Am wenigstens etwas. Ich freu mich jetzt ernsthaft gerade... Na gut. Dann gehen wir mal in den Herzogspalast rein. Und mach hier jetzt mal einen, äh... Sicherheitssafe. Das wäre... Let's... Lay 004a Feichern. Ein bisschen Zeit haben wir noch in der Aufnahmesession, aber... Allein schon für den Fall, dass wir jetzt dann auf neue Maps kommen. So hat es nämlich den Eindruck, was ich, äh, über... Siege of Dragonspear gesehen habe, dass... Jede, der Arkt neue Maps hat. Und wir wahrscheinlich jetzt, glaube ich, mit dem Arkt bald fertig sind. Seid ihr mit den Vorbereitungen fertig, sobald wir auf dem Marsch nach Norden sind, könnt ihr nicht wieder in die Stadt zurückkehren. Ich bin mir nicht sicher, da muss ich erst nachdenken. Nun gut, ich bin noch eine Weile wach. Wenn ihr in die Stadt wollt, begleite ich euch. Sobald ihr mit allem fertig seid, geht in euer Zimmer und ruht euch aus. Wir gehen, sobald ihr aufwacht. Nicht an der Treppe verkeilen. Die Treppe hochgehen. Ich werde mich im Hans um den Daumen kümmern. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ihr braucht nur zu fragen. So, jetzt sind wir erst mal in meinem Zimmer. Was für ein Schwertträgen, Münzen. Zwei Händler plus eins. Okay, dann gucken wir mal, was haben wir hier drin alles. Also, Heldentränke. Den Nymphenumhang. Den Helm auf jeden Fall. Eine Robe des Reisenden können wir auch mitnehmen. So, Pfeile, 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 Pfeile. Noch mehr Pfeile. Pfeile, Pfeile, Pfeile. Den sollten wir noch mitnehmen. Irgendwo hatte ich hier auch noch. Entweder den Spinnenflug. Schwert des Untergangs. Der Rand der Welt. Ja, das war ein sehr guter Zweihändler. Nehmen wir den noch mit. So, gucken wir mal. Das für Minsk. Das für... Sie trägt schon die Robe des Reisenden. Auch gut. Heldentränke für Minsk. Charisma-Umhang für Safarne. Ja, ein besserer Hempfenminz. Heldentränke. Ja. Wie hoch ist Minsk's Stärke? Hoch genug. Und ich hoffe eigentlich auch mal, dass wir die Kiste mitnehmen. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Aber es gab ja eine... Sache, dass wir ein Lager haben werden. Denk ich mal, dass wir in dem Lager... Ähm... Die Kiste haben werden. Gut, dann rasten wir jetzt. Okay, ich habe mich ausgeruht. Und nü. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Seid ihr mit der Vorbereitung fertig, sobald wir auf dem Barsch nach Norden sind, könnt ihr nicht wieder in die Stadt zurückkehren. Ich begebe mich in die Stadt. Gut, ich bin nämlich gerade nicht sicher. Ähm... Ich müsste aber alle erwischt haben. Ja, ich bin bereit für den Barsch nach Drachen spiel. Na gut, Benno, ja, wir sehen uns morgen. Es heißt, dass eure Freundin Imowen sich weitestgehend vom Gift der Kreuzlitter erholt hat. Ihr solltet mit ihr sprechen können. Vergesst aber nicht, sobald ihr zu eurem Zimmer hochgeht, gehe ich, um die Reise vorzubereiten. Ihr werdet nicht nochmal in die Stadt raus können. Gut. Wie ihr wünscht. Dann gehen wir jetzt eben hoch. Lass mich durch. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ah ja, jetzt steht ihm wohl hin. Das ist also der Schlechter von Sarivok, der Held von Baldur's Tor. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich werde sicher... Auch... Ich werde sicher auch eure werden, sobald ich weiß, wie ihr hier hereingekommen seid. Die Schlechter von wem? Ich glaube, ihr habt einfach den... Ihr habt einen falschen Eindruck von mir, mein Freund. Die habt ihr noch nicht gemacht. Vielleicht bin ich, wer ihr meint, vielleicht auch nicht. Wer dem auch sei. Warum sollte es euch... Sollte es euch interessieren? Es interessiert mich sogar sehr. Wer und was ihr seid, ist wichtiger für mich, als ihr euch vermutlich vorstellen könnt. Zumindest im Moment noch. Hm, merkwürdig. In euch glücklich ein Funke göttlichen Bewusstseins und dennoch habt ihr euren Bruder geschlagen. Wie, was hat euch zum Sieg geführt, wo doch so viele andere gescheitert sind? Die Lehren meines Zielfahrers Corions wiesen mir den Weg. Sarivok war schwach. Er hatte nicht, was es brauchte, um eine richtige Herausforderung zu bestehen. Nicht alle, die ihr kämpft, werden so leicht zu besiegen sein. Ihr seht es noch nicht, doch der Weg eures Lebens wird sich noch einmal gabeln, und zwar früher, als ihr denkt. Mich interessiert, welchen Weg ihr dann folgen werdet. Euer Weg könnte in viele verschiedene Richtungen führen. Ihr schwankt, seid euch in sich, ob das Lohn für eure Taten annehmen oder ablehnen sollt. Ich könnte euch helfen, Klarheit zu schauen. Doch wir können einander mal weiterreden, wenn ich mir sicher bin, dass ihr die Person seid, die ich suche. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Die Person, die ihr sucht, versucht hier meinen Wert zu messen. Genug mit diesem kryptischen Gelaber. Vielleicht findet ihr klare Worte, wenn ihr mit der flammenden Faust sprecht. Wachen. Wollt ihr meinen Wert messen? Ich messe ihn sorgfältig und wege ihn genauer ab. Ich bin nicht hier, um zu handeln, noch nicht. Ich bin hier, um euch zu beurteilen. Seid ihr würdig? Besitzt ihr genug von dem, was ihr braucht? Seid ihr stark genug, um die Herausforderungen, die vor euch liegen, zu bewältigen? Nur die Zeit wird es zeigen. Ich bin gespannt zu sehen, was daraus wird. Ich werde euch im Auge behalten. Oh, ihr seid wieder da. Entschuldige, ich war nicht allzu aufgeregt. Wenn ich nicht allzu aufgeregt erscheine. Gibt der Fall wirklich seinen Tribut. Im Moment ist es schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Wie geht es euch? Was wollte der Mann mit der Kapuze hier? Ihr kennt ihn nicht. Er meinte, er sei einer eurer Freunde. Wir haben immer wieder mit seltsamen Leuten zu tun. Ich habe mir also nichts dabei gedacht, als er auf der Suche nach euch hier aufgetaucht ist. Ich kenne ihn nicht und er ist bestimmt keiner meiner Freunde. Tja, das ist ein Rätsel für ein andermal. Wie geht es euch? Ich bin in wehrer Form. Ihr wisst, wie ich in den Schrauben bin. Oh, mir ging es schon schlecht. Ihr kennt die Art von Problemen, die ich gerade habe. Im Moment ist es egal. Wir müssen über die Sachen wie Puck Drachenspeer reden. Geht nicht, tut es nicht. Ich erhole mich aber, das müsst ihr auch. Nicht nur von dem Kampf gegen Sarivok. Das sind nur Schnittwunden und Narben. Sondern auch, indem ihr euch mit dem abfindet, der ihr seid. Lass jemand anderen die strahlende Dame gefämpfen, bitte. Ich wünschte, ich könnte, aber Kela lässt mir keine andere Wahl. Das wusste ich, dass ihr das sagen würdet. Es tut mir leid, ich kann nicht mitkommen. Das verlange ich auch nicht. Ihr seid hier sicher. Lia Janav hat mir gesagt, dass ihr derzeit weder die Diebin seid, die ihr eins wart, noch die Magierin, die ihr sein werdet. Es wäre besser, wenn ihr hier bleibt. Oder ich hätte euch sowieso nicht mitgenommen, würdet mich nur bremsen. Nicht mitkommen, was ist das für ein Unsinn. Nehmen wir die zwei. Bleibt hier bei mir. Lass Kela der Flamm den Faust. Dealing mit Leuten wie ihr ist der Job. Lass sie es tun. Aber du nicht, willst du? Ich weiß, dass du das in deinen Augen wirst. Ich verbringe meine Brot. Bleibt hier bei mir. Überlasst Kela der Flamm den Faust. Es ist ihre Aufgabe, sich um Leute wie Kela zu kümmern. Überlasst das ihnen. Aber das wäre dir nicht wahr. Ich kenne diesen Blick. Ihr verschwendet meine Zeit. Versprech mir, dass ihr vorsichtig seid. Tut ihr das? Ich weiß nicht, was ich tun will, wenn... Wir haben einfach zu viele verloren, wisst ihr? Ich gehe jetzt. Passt auf euch auf, Breno, ja. Ich will jetzt aber nicht rasten und in den nächsten Akt. Ich wollte eigentlich schon längst einen Cut machen. Okay. Schnarch. Hey, 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 hey. Ach, es geht. Seid ihr wach? Jetzt bin ich es, Guy. Was tut ihr hier? Egal, tut es woanders jetzt. Jetzt bin ich es. Ihr dürft Vater, also Herzog Silverschild, nicht davon erzählen. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Ich bin der flammenden Faust beigetreten. Euer Vater hat das gestattet? Ihr sagt, das als wäre es eine Errungenschaft. Das Leben als Adelige ist langweilig dumm. Ich möchte mit meinem Leben etwas erreichen und auch aus dieser schmutzigen Stadt herauskommen. Und vielleicht ein paar hübsche Soldaten treffen. Also gehe ich mit euch nach Norden. Tja, da fehlen mir die Worte. Ich weiß, also gut, schlaft weiter. Wir sehen uns. Oh, ich nehme an, ihr habt jetzt nicht mehr viel Zeit zum Schlafen. Wir sehen uns bald. Denkt daran, was auch immer ihr tut, erzählt Papa nichts davon. Hier ist der Held bereit, sich auf den Weg zu machen. Der frühe Vögel fängt den bösen Wurm. Haha, ist doch so boh. Oh, klingt, als wäre dein Miniaturwinsen. Wenn du dran hast, wie du den falschen Fussierst aufgestanden hast. Und dafür bin ich aus dem Bett aufgestanden, wenn ich eine Sache nicht gerne mache, die mit einem Bett zu tun hat, dann ist es daraus aufzustehen. Je eher wir die Burg Drachensperre erreichen, desto eher werden wir erfahren, ob euer Vater sowohl Kehler als auch euch und Sarivog hervorgebracht hat. Darf ich jetzt speichern? Danke. Was ist jetzt Let's Play 04 richtig? Ich wollte schon längst einen Cut machen, ich überziehe schon zu lang. Deswegen gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal.